Let's Play GTA San Andreas Let's Play GTA San Andreas Also das Parkdienst vor dem Wankhoff Hotel Und da haben wir hier Sonderkleidung Oh, jetzt habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt Ich drücke immer Enter Ja, weil Enter ist für mich so das bestätigen, oder? Park Boy Das müssen wir ausziehen, sonst sieht es komisch aus So Haben wir Kleidung gewechselt Und jetzt geht's Hotel Suite Jetzt geht's zu einem anderen Hotel Und zwar, hoffentlich steht die Karre noch da Ja, tut sie Bei GTA 3 oder GTA Vice City wäre es jetzt auf jeden Fall weg Wir fahren zum Wankhoff Hotel Und machen diese Parkdienst-Nebenmission Und dann haben wir wieder mal was für die 100% gemacht Muss ich nur schauen, wo das noch war Das war hier in der Nähe, wenn's mich nicht täuscht Oder wo war nochmal das Wankhoff Hotel? War das hier? Nee, hier war's nicht Scheibe Das war doch hier irgendwo in der Nähe Ah, hier war's So, versuchen wir mal unser Glück Park Service Verbleibende Zeit, 2 Minuten Park Service Mission Level 1 Und, ähm, ja wir müssen hier einfach uns, äh Wir müssen einfach hier die Autos parkieren So, wir haben 12 Sekunden fürs Parkieren Und die 45 Sekunden für den Schaden Und, ähm, so wie ich das, ähm, einschätze Eben, wenn man denkt am Anfang Ah, krass, 2 Minuten und so, aber Man bekommt ja immer noch Missionszeit hinzu Also sollte das nicht allzu schwer sein So, noch ein Auto und ein Fahrzeug, dann haben wir es geschafft Ein Auto wartet darauf, abgefertigt zu werden Ah, da war unser Kollege schneller Ein anderer Parkboy hat sich das wartende Auto geschnappt Warten wir halt einfach auf das nächste Und da kommt es ja schon So, Park Level 1 geschafft 100 Dollar Trinkgeld bekommen Und jetzt gehe ich gleich weiter mit der Level 2 Es gibt, glaube ich, fünf Level insgesamt Und wenn man die alle absolviert hat Dann generiert der Der, der Dings Das Geschäft, also das, äh, Hotel Der Park Service des Hotels generiert dann, äh Geld Oh, wir kommen sogar direkt rum Das ist aber geil Ah, jetzt haben wir nur 8 Sekunden, weil wir nicht richtig eingeparkt sind Naja, ist ja nicht so schlimm Ist ja nicht so schlimm Sie haben nur noch 3 Fahrzeuge Für den Level 2 Das ist schon das nächste Nein, das ist meins Nein, das ist ja nicht so schlimm So So Noch zwei Autos, ah, das schaffen wir wahrscheinlich nicht Nö Nö Aber da kommt schon das nächste Oh, ein Blister Oh, ein Blister Oh, ein Blister Oh Du musst zurück zum Carport Nein, das ist meins Zu spät Ich nehm Nein, das ist es Wir helfen noch ein Blister difficult Total gleich game over oder so ich will es gar nicht erst probieren ich wollte eigentlich gar noch nicht egal hat sich das schon parkiert ich wollte eigentlich gar nicht parkieren ich wollte noch verbessern aber egal schon im nächsten level level 3 diesmal wird die zeit ein bisschen knapper und Beep, 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 beep. So cool. You need a date to go back. Look out! You need a date to go back. 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 Yeah. So to me. die parkieren aber nicht so das klirr die anderen parkboys parkieren nicht so elegant wie wir das meint Picobello eingeparkt. Wir holen die Zeit langsam auf, aber es ist eh nur noch ein Fahrzeug, dann haben wir den Devil geschafft. Ja, den schaffe ich glaube nicht mehr. Nein. Zu spät. Oh. Oh yes, I love it. Have you shot that Alcock? Did they kick me? Oh, he's quite moving. Oh. I'm not going to do it. It was a pleasure talking to you. Sometimes I just take my work to the strip. Let's go. I'm trying to jump. So, 300. So, 300 Dollar Trinkgeld, Level 3 geschafft, jetzt kommt Level 4, eben nur sind insgesamt 5 Level, also überschaubar. Oh shit, jetzt habe ich Schaden. Jetzt ein bisschen weniger Sekunden, hallo, falsche Richtung. So, der Rote kommt hierher. So, hübsche Dame. So, dann kommen wir. So, dann kommen wir. noch vielen haben wir den vierten level auto kommt der fünfte level also es geht vorwärts ein anderer parkboy hat sich das war der auto geschnappt frechdachs blaue ich dachte zuerst es gibt richtigen kampf um wer das auto parkieren kann aber es ist ja nicht so es ist joh Also wenn man nicht wie in Vollpfosten die Autos schrottet, dann muss man sich hier eigentlich keine Sorgen machen. So, jetzt haben wir ein bisschen komisch parkiert, deshalb ein bisschen weniger Zeit. Aber wir sind gut in der Zeit, noch zwei Autos, dann Level 4 beendet und dann noch Level 5, also können zufrieden sein. Also eigentlich muss man sich nur, also eigentlich. Jetzt haben wir sogar Zeit aufgeholt, noch ein Fahrzeug. Besser kann es gar nicht sein. Kommt um das nächste. Oh die armen Läden. Oh shit, da bin ich kurz, bin ich ein bisschen dran geditscht. So Level 4 auch geschafft, 400 Dollar Trinkgeld, na das ist ja mal was. Jetzt Level 5, der letzte Level, 7 parkende Autos, aber ich bin eigentlich noch recht motiviert. Also ich habe mir das schlimmer vorgestellt, den schaffen wir eh nicht. Wir stehen im Regen, mal wieder. Zeit holen wir locker auf. Dann haben wir mal wieder auf. Was ist denn los? Schaffen wir ihn nicht mehr. Düdüüd. Ein Cabrio. Ich find's so geil wie er rein springt. So. Wir müssen wieder mal was fressen. Aber das machen wir nachdem wir noch 5 Autos zu parkieren. Das ist ja mal zu parken der Autos. Das ist ja mal was was man schaffen kann. Der kommt sicher hierher. Wenn er dann mal grün hat. Oh nein kommt der blaue zuerst. Polizei kommt auch. Noch 4. Achso es ist schneller gegangen als ich gedacht habe. Ich meine 4 sind natürlich noch ein paar aber... Also 2 Paar um genau zu sein. Aber auch das schaffen wir. Ich bin wundere. Ich bin wundere. Mein Partner. Ich bin wundere. Ich bin wundere. Ich bin wundere. So ist super, kommt direkt der nächste. Glück gehabt. Noch zwei Autos eh fast geschafft, wunderbar. Das ist mal eine Nebenmission, die machbar ist und schaffbar. Jetzt haben wir wieder ein Cabrio und stellen wir uns schon mal hier hin. Na ja, dass es überhaupt so viele Sekunden gegeben hat, weil wir haben hier echt scheiße parkiert. Hier noch ein Auto, dann haben wir es geschafft. Juhui. Das könnte mir eigentlich doch maximal Schaden machen, weil... Unternehmen erworben. Dieses Objekt generiert. Ab jetzt Einkünfte von bis zu 2000 Dollar holte ich das Geld regelmäßig ab. Und wir haben in Los Santos, fällt mir gerade ein, beim Raw Boy Food Market noch kein einziges Mal Geld abgeholt. Das ist eigentlich auch traurig. Na gut, wir waren auch nicht mehr so häufig in Los Santos, also von daher. Ah ja. Was ist, was ist rot? Ah, man kann die Mission nochmal machen, okay. Hä? Wieso kann man die Mission nochmal machen? will ich jetzt aber gar nicht. Ich schnappe mir hier so einen Blister. Und fahre zurück zur, äh, Doher Tiger Rage, werde mir in meinem, äh, Apartment nebenan noch meine alten Klamotten an, meine alten Klamotten, er kommt verpiss dich. Hey! Ah, und Crash hat wieder eine Mission für uns. Wir müssen zuerst andere Kleider anziehen, deshalb fahren wir jetzt. Okay. Das war wie eine gesenkte Sache, also. Aber ich will doch nur meine Klamotten. Eier speichern wäre vielleicht auch eine schlechte Idee, keine schlechte Idee, nachdem man was geschafft hat. So. Äh, Artikel ausziehen, Sonderkleidung, genau. Und prolapsed wieder die Kette. Ich weiß gar nicht, was Saints sind. Ist das irgendwie eine Hockeymannschaft? ! Und eine Eishockeymannschaft! So! Wie waren wir noch? Ah, unser Badezimmer. Nice! Uh, schön gewohnt der Boden. Wie komme ich hier raus? Ah, ich kann hier in alle Räume rein. Das Schlafzimmer. Natürlich mit Sandy. Candy Saks. Und was steht da? Keine Ahnung. Ähm, hier geht's raus. Blister-Kompakt. Einmal durften wir ihn bei einem Rennen fahren. So. So, schnell speichern. Und dann haben wir es geschafft. So. Gut, ich danke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der nächsten Folge bei GTA San Andreas. Und ciao.